Musik Das Kerngeschäft der F&B Construction GmbH liegt im Ausbau schlüsselfertiger pharmazeutischer Reihenräume. Um da mal ein, zwei Punkte zu nennen, ist das Klimalüftungsbau und Aufbau von Wand- und Deckensystemen. Und darin sind wir international tätig. Das Besondere an unserer Arbeit ist, dass wir ganzjährig tätig sind. Wir haben keinerlei Unterbrechung im Winter. Wir arbeiten mit sehr hohen Hygienestandards. Das bedeutet, dass die Monteure innerhalb der Montage sehr selten schmutzig werden. Wir sind auch nicht wetterabhängig. Das heißt, wenn es draußen stürmt und regnet, stehen wir im Trockenen. Ich arbeite seit zwei Wochen bei der F&B Construction und mir gefällt die Arbeit sehr gut. Sie ist abwürdig und kreativ und ich freue mich auch schon aufs Ausland. Musik Wir suchen zuverlässige, reisefreudige, aufgeschlossene und themfähige Mitarbeiter, vorzugsweise mit englischen Grundkenntnissen und Führerschein Klasse B. Die zukünftigen Mitarbeiter sollten zumindest Grundkenntnisse aus der Metallverarbeitung mit sich bringen. Quereinsteiger sind herzlich willkommen, vorzugsweise aus den Berufen Trockenbau, Anlagenbau und Klimaerüftungsbau. Musik Ich biete meinem neuen Mitarbeiter tarifliche Entlohnung, 30 Tage Urlaub, Betriebsrente, bezahlte Unterkunft auf Montageeinsätzen und branchenspezifische Weiterbildungsmaßnahmen. Musik Ich fühle mich hier jetzt wie zu Hause. Es ist ein gutes Arbeitsklima. Was Besseres kann man nicht haben. Musik 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 Musik